Wie heißt das Spiel? Äh, League of Legends. So, mehr so, mehr so aus der polnischen Ostsee-Region da oben irgendwie. Ah, okay. Fuck, laberst du, Alter? Na doch, jetzt schmälere ich nicht den Verdienst von Nicole. Ja, aber ehrlich. Sie hat es wenigstens erfasst. Ich hab nur Scheiße gelabert. Ich wusste ja nicht, was will der Mann von mir. Ja, du musst, äh... So, das... Ja, das ist die... Alter, Alter. Nee, fangst nicht an. Die Community ist ja sowas von zu... Ja, okay. Immer loop, 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 fucking loop. Ja, oder... Oder hier, easy game, easy game. Oh, ja. Nee, ich hab da auch keinen Bock drauf. Ach den Scheiß. Also, ich bin, äh... Oh, 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 meine... Ich kann meine Hauptwaffen nicht wählen. Warum nicht? Oh. Keine Ahnung. Wir gucken, wir werden's mehr sehen. Na einfach... Cool, da wechselst du doch die Waffen. Boah, du wie ein Stein, ey. Nee, ähm... In, in LoL, ich hab auch so... Ich spiel eigentlich nur so Aram. Wie heißt das Spiel? Äh... League of Legends. Ich dachte, du spielst das zum ersten... Äh, hast das jetzt erst mal wieder zum ersten Mal gespielt. Ja, seit... Seit Jahren hab ich das das erste Mal wieder gespielt. Und was spielst du sonst? Äh... Oder... Oder... Keine Ahnung, ich bin ja jetzt nicht so hoch. Äh... Ich kann meine, ich hab die Taschen sehen gerade in der Watte. Ich muss immer gucken, wo die sind. DayZ spiel ich grad zur Zeit wieder viel. Das war ein bisschen... Bisschen nicht wirklich durchgessen. Aber jetzt... Oh, hab ich dir einen reingezimmert? Ja, alles. Oh, ich hab eine Frau geschlagen. Oh nein. Mann! Was bin ich für ein schlimmer Finger? Geht's jetzt, Junge? Na, was? Geht ihr mal vor? Ich hab überhaupt keine Ahnung mehr. Du läufst doch gerade vor, oder nicht? Ja, deswegen sag ich ja, ihr sollt vorlaufen. Achso. Ja, also, äh... Entweder Aden oder... Lausen. Ne, Lausen ist ja eh ausgefallen. Na dann. Warten. Oh, da ist wieder das Gesopst. Und... Topi ballert schon wieder alles über den Haufen, ja. Hey, lech! Oh, nein! Habt ihr denn... Habt ihr denn... Habt ihr denn... den Trick? Ja. Ähm... Pascal ist ein Mann des Vollgases. Muss man dazu sagen. Ja! Wie du schon gehört hast. Junge, ich hab'n Schießeisen in der Hand. Denkst du, da baller ich nicht? Boah, ich hab grad voll den... den Wegstoß bekommen. Windy? Ne, einfach, äh... Weil ich nicht weiß genau mal welche... Wenn im Kampf nicht mehr weiß ich nicht mehr welche Taste und dann klicke ich alle, ey. Ja, Windy. Ey, Topi, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Du verarscht uns doch jetzt. Hallo. Und WASD laufen und SHIFT ist, äh... Sprinten und STRG ist... Drücken. Weißt du nicht, warst du nicht letztes Mal auch dabei mit dem Nachkopf, dass ich da alles gedrückt hab und... Ne, kann mich nicht erinnern. Ja, auf jeden Fall sind wir schon mal nicht leise. Ne. Wir kündigen uns gerade an. Das... Das meine ich ja mit. Äh, Topa ist ein Mann des Vollgases. Ja. Aber viel Hand spielst du nicht, ne? Wer? Wer? Die Nina. Doch. Nicole. Welches... Welchen Pristilisch hast du denn? Äh, 10. Achso, ich hab dann falsch gelesen. Aber... Ich bin jetzt kein Profi. Ne, ich dachte, äh... Du wärst, äh, er ist Rang 74. Ja, bin ich auch. Ja... Ja, weil... Also Leute, ich... Also Leute, ich könnte versuchen, ne Sticky draufzuschmeißen. Achso, na dann. Ich versuch's, aber bitte... Direkt, wenn die dich anschreit. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Geh nicht mit rein, sonst... Ja, ich geh nicht mit rein. Ich geh nicht doof. Ich hab dich bloß gesehen, wie du Berserker an mir vorbeirannt bist. Entschuldigen Sie, junger Mann. Weil Tommy hinter dir Ärger gerannt hat. Du machst das hier nicht sauber. Ne. Okay. Du bist doch fürs Putzen zuständig. Und es glänzt. Gut. Ich lebe. Das letzte Mal hast du auch hier rumgelegt. Ja, das ist aber lange her. Gut. Ich geb dir einen Rest. Okay. Ich glaube, sie ist gerade auf 180. Und da war schon... Ähm, Norden. Auf mich geschossen. Was war das jetzt? Ich hab's jetzt nicht richtig hingehört. Sparks? Oh, einer ist offen. Ich hab eins. Äh, Martini ist das gewesen. Ja. Martini. Henry. Oh, no. Einer ist tot. Aufm Dach oder im Haus? Aufm Dach. Aufm Dach. Noch einer tot. Du kriegst Besuch. Ach, ja. Also zwei tot, also nur noch einer, der aufm Dach ist. Ey. Ey. Da sind zwei aufm Dach, Alter. Scheiße. Hat er mich drauf gehoben. Mist. Einer ist runter gesprungen. Oh, ne. Ich sag da ja. Schlag. Schlag. Was? Stich. Hahaha. 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 Das war ich, hab ich siehst. Ich kippe auch mit der Hand, ey. Oh, okay. Da hättest du zumindest noch am Band geworfen. Aber gut gespielt, du. Ach, so eine Kacke, ey. Ich hätte angeblich ein Bußgeldbescheid nicht bezahlt, weil ich geblitzt worden bin. 21 kmh außerorts zu schnell. Und normalerweise, also erstens kommen die ganzen Briefe zu meiner Mutter, weil das Auto auf sie angemeldet ist. Und die macht wirklich alles auf. Die macht Douglas Werbung auf und und und. Und die hat den Brief nicht gesehen oder bekommen. Und zweitens, wenn man es gehabt hätte, dann hätte man es aufgemacht. Er ist bezahlt, ist ja kein Problem. Und dann hat sie zu denen gesagt, ja, aber lassen sie den doch dann, dann können wir den bezahlen. Und dann haben sie gesagt, nö, ich kann ihnen den zeigen, aber ihn geben werde ich ihnen den nicht. Und jetzt habe ich eine Anhörung, ich habe einen Punkt. Das ist so richtig stumpf, so nicht? Ja, aber bei 21 hast du sowieso einen Punkt. Ja, ja, schon klar. Aber ich habe ja jetzt noch eine Strafe, weil ich nicht bezahlt habe, weil ich es ja nicht wusste. 130 Euro. Ja, aber das klingt erst mal noch normal für den Preis. Weil ich hatte das auch schon, da hatte ich auch so... Ja, aber bist du wirklich zu schnell hier fahren, oder was? Ich dachte jetzt, das war bloß eine Verwechslung. Was geht denn jetzt ab? Wie ich jetzt hier... Keine Ahnung, bald hängt... Er hat bald gerade versteckt die von mir, oder was? Unterverschluss. Schreibt mal bei euch ja Nina. Wie kommen sie immer auf Nina, Alter? Nicole! Hast du das nicht gesagt, Nina? Ach, Nicole! Aber ich bin ja für dich auf Carsten. Das ist so geil. Pascal und die Namen, Alter. Das ist so geil. Ja, so bringe ich mal ein paar neue Namen hier. Oh, da hat einer eine Kasse genommen. Ah, direkt neben mir. Sind die draußen? Äh, ja. Nein. Ich glaube nicht. Einer ist da hinten, glaube ich auch. Da oben war gerade einer. Pass auf, bei mir rennt... Oh, hier ist einer drin, ey. Drin? Ja. Direkt an meiner Leiche. Ui. Und was hat er dich erschossen? Es steckt da, Bayonett. Ich brenne. Warte, ich hab ne... Jobbomb. Mit viel Glück. Oh, die an der Mauer war auch irgendwo einer. Scheiße. Och, fick doch die Hände. Das war der gewesen. Du musst... Willkommen. Bleib cool. Der Idiot mit seiner scheiße Schrotflinde. Leute. Idiot. Ich hab's versucht. ausgerucht. Wir waren... Du warst wenigstens die Letzte, die gestorben ist. Wir Trottel sind zuerst draufgegangen. Hey, das ist ein Zitat aus Das letzte Einhorn, okay? Ich kann ihn nicht. Gänze bestimmt. Was? Wie alt bist du denn? 32. Ja, dann musst du das doch können. Ja. Das letzte Einhorn? Der alte Mann und die Zeit. Mit was seid ihr drin? Winnie. Mit dem Knochendoktor. Ah, das interessiert mich auch nicht. Winfield und nackern Offizier. Da geh ich auch mit der Winfield rein. Alter, du hast bis jetzt bloß eine Lampe. Zieh dich hier fälligst an. Wir wollen los. Was ein bisschen traurig ist. Wo wohnst du? Wo wohnt er? Ich wohne nähe Leipzig. Okay. Ich nähe Deutschland. Ehrlich? Wann hätte es? nicht vermutet. Aber Nähe heißt mehr so aus der polnischen Ostsee-Region da oben irgendwie. Ah, okay. Fuck, was du heißt. Naja, du hast doch damit angefangen. Nähe Deutschland. Naja, dann habe ich mich für Polen entschieden. Ich wollte gerade 25 Sachen. Damit hätte ich auch nicht so schlecht gelegen. Dankeschön. Ach, naja, das eine Jahr. Ich sammle, okay? Also, ich werde beim Zigarettenholen immer nach dem Ausweis gefragt. Mhm. Ja. Ich auch. Ich auch. Ah, nicht wahr, ihr lügt. Ne, doch, aber mein Fahndungsplakat meistens neben Zierarettenautomaten hängt. Oh, jetzt weiß ich auch, welche Taste mir fehlt. Wie heißt die Taste, wo du, ähm, zum Beispiel, ähm, eine Laterne ausmachen kannst und sowas? X. Bei mir ist das E. Waffenmodus umstellen. Bei mir ist das X. Ja, X wollte ich nicht wissen. Ich wollte... Ne, X ist doch Waffenmodus umstellen. Standardmäßig, oder? Ja, aber wenn du eine Laterne in der Hand hast, dann drückst du X, damit sie aufhört zu leuchten. Ach so, ja, na, das ja, ja, ja. Ach so, das wollte er wissen. Ja. Aber ich wollte nicht wissen, wer ich im Taste, sondern wie die Scheiße Funktion hat. Ach, du hast eine Lematte oder sowas, Aber schon gut, habe ich jetzt gefunden. Aber nicht war einer mir gesagt, hat X. Na doch, jetzt schmählen wir doch nicht den Verdienst von Nicole. Ja, aber ehrlich. Sie hat es wenigstens erfasst. Ich habe nur Scheiße gelabert. Ich wusste ja nicht, was will der Mann von mir. Junge. Du hast dich auch so unqualifiziert ausgedrückt. Warum hat sie es verstanden? Ich wollte übrigens mal anmerken, ich bin Nachtblind. Na, das ist es. Wie jetzt? Hier im Spiel, oder was? Ja, generell, ich bin Nachtblind und gerade ist es auch wirklich, sagen wir mal, so grenzwertig dunkel. Ach so. Das wirkt sich auch aufs Spiel aus, ja? Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Oh, ja. Das hat schon wieder das Seenige als ich, wenn ich die erste war, wenn ich die erste Ja, du musst, äh, ich muss so, das ist die, das ist die, die erste Alter, 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 Alter. Oh, hat er mir das hell abgezogen? Hat jemand zufällig eine Giftbombe? Ja, geht bei dem nicht. Ach, eine Giftbombe, nee. Gifts habe ich nicht. Vor allen Dingen, ich habe eine Giftspritze benutzt, ja, sie ist nicht schlecht, deswegen, wird oben aber nicht besser, glaube ich. Meine Mutter hat mir mal so eine Autofahrbrille geholt. Eine Gelbe? Ja, sie ist so bescheuert damit aus. Die hat sogar noch, an den Seiten hat sie auch Gläser, wie so Scheuklappen. Ich sehe aus wie, wie Puck damit. Manche Fahrten lassen wir gar nicht so benutzen, manche Fahrten und ich weiß gar nicht, welche Fahrten lassen. Oh, direkt bei mir, ich bin tot gleich. ist es schlimm. Doch, es ist schlimm. Habe ich gehört. Markier, wo der Tod ist. Geil markiert, Junge, du bist der Knaller. Leck mich, ich bin verletzt, aber ich muss mich erst mal heilen. Ja, der wird irgendwo... Außerdem, warte auf mich, geschossen. Die haben mich doch gesehen. Ach. Oh, nee. Ach, der Fettsack geht mir schon wieder auf den Sack. Da sind zwei mit Schrotkünfte. Okay. Da hinten dran ist einer. Warte, ich muss ihn erst mal heilen. Ja, okay. Das war jetzt von zwei Seiten. Das ist übrigens eine Sparks. Also, entweder ist ein anderes Team noch dabei, oder... Nee, das ist ein anderes Team. Das ist ein anderes Team. Der andere hat... Nee, die haben sich gerade beschossen. Also, du wärst jetzt total im Sandwich. Du könntest dich auch erst zurückziehen, oder so. Ich kann mich auch einfach heilen. Auf Wiederbläden. Ich lasst mich den Mark. Komm, mach hin. Oh. Bei mir. Oh. Da ist einer. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich bin auch noch einer, pass auf. Ich bin Sniper. Weck mich doch. War schön, auch wenn jetzt nicht eine sonderbar gute Runde dabei war. Ja, wir müssen halt mehr zusammen spielen, das wird dann schon, denke ich. Ja, ab einer gewissen Uhrzeit sind dann auch nicht mehr so viele Leute online. Also, war schön. Bis dann. Ja, das war's. Bis dann. Tschüssi.